Wisst ihr, was das beste Video ist, Chat? Ich zeige euch jetzt das beste Roller... Das war Roller Road Rage, Digga. Das war nicht gegen Polizei. Roller Road Rage. Ich zeige euch jetzt ein Legenden-Video. Das da. Das da ist es, Digga. Nova Racing. Gottverdammte Legende. Chat, lehnt euch zurück, falls ihr es nicht kennt. Und genießt. Chat, kennt ihr das? Einzel Chat, wenn ihr es nicht kennt. Oh, nice. Okay. Wenn es viele von euch noch nicht kennen, dann genießt. Enjoy das richtig, Digga. Also, der Typ hat ihn gerade angeschrien. Okay, habt ihr das gesehen? Und jetzt? Ja, was muss nicht sein? Was ballere ich dort drauf? Ich fahre mit 30er Rennen. Ich muss aber sagen, der Roller hört sich bei ihm bei 30 an, als wäre man mit einem Ferrari gefühlt im Begrenzer, Digga. Das Ding ist scheiße. Hey, ist das dein Problem? Alter, du hast dich nicht mehr als erinnert. Ich fahre mit einem Ferrari. Ja, mach. Oh, mach. Oh, mach. Oh, mach. Schuck. Scheiße, Alter. Bart, ich glaube, der hat nämlich gegen den Rücklicht gedreht. Bart, der Bruder hat gegen den Rücklicht gedreht. Der hat gegen die Reife gedreht, der Bastard. Guck mal, der fährt jetzt so her. Der kriegt jetzt so einen Schuss, Alter. Was ist? Wenn ich da auf die Fresse hauen soll, musst du mal es nur sagen. Warum dann? Warum dann? Warum dann? Warum dann? Hä, was hab ich gemacht, hä? Was? Jeder Letzt ist allzu laut. Was ist dein Scheißproblem? Was trittst du gegen meinen Scheißdroller? Bist du behindert oder was? Alter, Chad denkt denn, er ist sauer. Mach deinen Scheißdreck, Alter. Ist es scheißegal? Gott, verdammte Legende, Bruder. Ey, Digga, so eine Legende, Bro. Junge, ich hab sogar damals mit dem Typen gequatscht. Das war noch so eine Zeit, da war ich auf TeamSpeak. Es gab damals so ein Motovlogger-TeamSpeak. Chat, das ist schon Ewigkeiten her. Und da war der Typ auch Nova Racing. Ich hab mit dem gequatscht, Digga. Guter Mann, wirklich. Falls ihr jetzt zuschaut, Grüße geht raus. Bis zum nächsten Mal.